Hallo, liebe Studentin. Hallo, lieber Student. Heute üben wir die Verben mit festen Präpositionen. Diese Verben müssen Sie lernen. Also Sie müssen die Struktur des Verbs lernen. Hier das Verb aufhören. Es ist ein trennbares Verb. Die Struktur mit etwas aufhören. Nach mit steht immer der Dativ. Es ist Dativpräposition. Wir üben in diesem Zusammenhang mit dem Verb aufhören mit. Die Deklination. Ich gebe Ihnen nach einer kurzen Pause die Lösung. Nummer eins. Hören Sie bitte mit dem Unsinn auf. Nummer zwei. Hör bitte mit diesem Quatsch auf. Quatsch ist maskulin. Die Unsinn. Der Unsinn, der Quatsch. Nummer drei. Kinder, hört bitte mit diesem Geschrei auf. Es ist zu laut. Nummer vier. Du, hör bitte mit diesem Gebrüll auf. Nummer fünf. Hör bitte damit auf, mich ständig anzubrüllen. Nummer sechs. Hör bitte damit auf, bei Tisch zu rauchen. Ich vertrage das nicht. Nummer sieben. Kinder, hört bitte mit eurer Schlürferei auf. Kinder schlürfen gern beim Tingen. Also Kinder, hört bitte damit auf, zu schlürfen. Das hört sich nicht schön an. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Viel Spaß beim weiteren Rutschkurs. Tschüss.